Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich meinen Lesemonat Februar für euch. Der stand weiterhin unter dem Motto Frühjahrsputzbingo auf Instagram. Da hatte ich mir ja neun Sub-Leichen rausgesucht, die wirklich sehr, sehr alt waren und immer noch nicht gelesen. Und ja, ich wusste ja nicht mehr so ganz genau, welches die ältesten wirklich waren. Ich habe dann so eine Mischung genommen aus, ich weiß, das ist sehr, sehr lange schon auf dem Sub und es wurde sehr früh geschrieben. Also es ist auch einfach ein sehr altes Buch auch und habe die dann, ja, diese neuen dann sozusagen dort drauf gesetzt und hatte ja im Januar auch schon ein paar davon gelesen. Das war ja so eine Zweimonatsaktion und habe dann diesen Monat auch etliche davon noch erlösen können, endlich mal von dem Stapel ungelesener Bücher. Und zwar ist eins davon Die Liebe in den Zeiten der Cholera von Gabriel Garcia Marquez. Das ist im DTV Verlag erschienen 1985, die originalsprachige Ausgabe, zwei Jahre später dann die deutsche Erstausgabe. Und das Buch hatte 504 Seiten, die sich auch ganz schön gezogen haben, aber dazu gleich mehr. Das hat sowohl für das Frühjahrsputz-Bingo gepasst, als auch noch für Joe Average, also diese Januar-Challenge. Das heißt, das hatte ich im Januar angefangen, aber im Februar dann eben beendet. Mit anderen Worten, das war jetzt ein Nachname, der auf einer bestimmten Liste draufstand für eben diese Januar-Challenge. Konnte ich dann dafür aber entsprechend nicht mehr einsetzen, weil ich es eben im Februar erst beendet habe. So, das ist jetzt natürlich ein Klassiker. Für mich war es, wie gesagt, eine komplette Subleiche. Ich fand es halt auch zeitweise super anstrengend, weil die Schreibweise so war, dass es ellenlange Beschreibungen von allem und jedem gab. Und das war wirklich seitenweise aneinandergereiht. Die Umgebung, was für Speisen essen die, was für Haustiere haben sie über die Jahre gehabt und so weiter und so fort. Also wirklich sämtliche Nebensächlichkeiten werden in epischer Breite geschildert und man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, warum eigentlich? Also es bringt die Story überhaupt keinen Mühe weiter. Ja, es macht das Buch natürlich gleichzeitig quasi atmosphärisch. Man taucht da wirklich sehr ein. Man taucht in die Stadt Katagena ein, in ihre Geschichte ein und natürlich auch in die Geschichten der drei Hauptcharaktere. Es geht nämlich um Fermina Daza. Die ist in Schuljahren, sie jahrelang Briefverkehr gehabt mit Florentino Ariza. Die werden auch immer mit Vor- und Nachnamen genannt. Also es gibt nicht eine Stelle, wo irgendwie nur der Vorname genannt wird von den Charakteren. Das schafft dann so eine Distanz, obwohl die ja sozusagen der komplette Mittelpunkt des Buches sind. Also ganz interessant gemacht. Naja, auf jeden Fall standen die beiden jahrelang im Briefverkehr und hat sich dann quasi, also die haben sich auch heimlich verlobt. Aber dann heiratet Fermina Daza doch einen anderen und zwar den Doktor Ruvenal Urbino, der dann 50 Jahre später, das ist sozusagen die Einstiegszene Mörder weniger oder der Einstiegsabschnitt, 50 Jahre später stirbt eben dieser Doktor. Und Florentino versucht es wieder, denn er konnte Fermina in all den Jahren, trotz etlicher Affären übrigens mal, nicht vergessen. So, und dieses Buch, es war für mich echt gewöhnungsbedürftig. Es war super zäh zu lesen, obwohl es seinen Charme hatte. Also es war jetzt auch nicht so, dass, weiß ich nicht, dass ich mich, also ich habe es ja gelesen, sage ich jetzt mal. Ich habe durchgehalten, ich habe es gelesen, aber es hat sich echt gezogen. Also die Charaktere waren für mich nicht wirklich liebenswert, die blieben, wie gesagt, auch eher so ein bisschen distanziert, verschlossen, weil man eben nie in ihre Ich-Perspektive oder sowas reingegangen ist oder irgendwie viel Einblick in ihre Gefühlswelt auch gar nicht bekommen hat. Und wie gesagt, sie wurden nochmal mit Vor- und Zunahmen genannt. Ja, das war irgendwie so ein bisschen schwierig dann, zumindest hätte man ja sonst über die Charaktere vielleicht mitfiebern können oder so und das war halt auch nicht gegeben. Also es war ein typisches Buch. Was mich aber überrascht hat, das waren wirklich einige derbe Ausdrücke enthalten, von Pimmel über Beschissen. Und also es wurden auch sehr, sehr offen und bodenständig die Liebesgeschichten von allen Beteiligten, die Krankheiten der Protagonisten und so weiter geschildert, also wirklich sehr offen. Und das war irgendwie erstaunlich. Also damit hätte ich zu dem Erscheinungsjahr nicht zwangsweise gerechnet oder auch allgemein mit, damit hätte ich nicht unbedingt in einem Klassiker gerechnet. Es war schon recht derbe an einigen Stellen. Der Titel wiederum passt, finde ich, sehr gut zum Buch, weil es ist wirklich eine Schilderung der Liebe in all ihren Formen. Also es geht um Selbstliebe, Liebe im Alter, flüchtige Liebe, eheliche Liebe, Vernunftliebe, Vaterliebe, ungesunde Liebe und Stalking. Es war eigentlich alles abgedeckt und das eben unter diesen Vorzeichen von der Cholera, die aber übrigens keinen der Charaktere hier wirklich betrifft. Also es stirbt eigentlich oder erkrankt oder stirbt eigentlich keiner an dieser Krankheit in dem Buch, den man kennt. Aber es schweilt schon die ganze Zeit eigentlich mit im Hintergrund sozusagen. Also wie gesagt, der Titel ist super passend. Naja, Florentino Ariza jedenfalls fand ich mit seiner Obsession aus Jugendtagen eigentlich auch irgendwie ein bisschen gruselig, weil wie gesagt, er schleppt das halt sein ganzes Leben lang mit. Und weiß ich nicht, ob man das muss, also es ist so ein bisschen wie so ein Stalker und hat auch teilweise so irgendwie das Haus von, wie heißt sie nochmal, von Fermina quasi beobachtet und wusste die Gewohnheiten der Hausbewohner sozusagen. Das hat alles für mich irgendwie so Stalker-Qualitäten und das, weiß ich nicht, das finde ich auch nicht so schön, wenn man das dann als wow-positiv vermarktet nach dem Motto oder darstellt. Er ist so lange treu geblieben und keine Ahnung was, beziehungsweise treu ist er jetzt nicht unbedingt geblieben. Er hatte wie gesagt extrem viele Frauengeschichten in der ganzen Zeit, wo er eben nicht am Drücker war. Ja, aber so dieses, ja weiß nicht, dass das so positiv dann dargestellt wird, finde ich dann irgendwie ein bisschen schwierig auch. Ja, ich habe mich sehr gequält durch diese 500 Seiten. Ich habe bestimmt zwei Wochen dran gelesen, es war super langatmig. Die Kapitel hatten auch immer so gute 80 Seiten. Ja, eng gedruckt, voller nebensächlicher Beschreibungen, wie ich schon gesagt hatte und auch kaum wörtliche Rede. Es war halt okay, es hatte seinen Charme, wie gesagt, es war atmosphärisch auf jeden Fall, das würde ich so unterschreiben. Aber einen tiefen Eindruck hinterlässt es eigentlich nicht. Dazu war es dann schlussendlich thematisch zu belanglos eigentlich, ob jetzt da zwei beziehungsweise drei Leute irgendwie glücklich werden in ihrer Liebe oder Peng, also weiß ich nicht. Ich fand es anstrengend zu lesen und gebe dem daher zwei Sterne. Als nächstes habe ich den kompletten Gegenentwurf dazu gelesen, nämlich ein sehr kurzweiliges Hörbuch. Die sieben Schwestern von Lucinda Riley, das war ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag, ist auch 2020 erschienen, ursprünglich mal 2015. Also das ist jetzt hier ein Schuber mit Band 1 bis 3 drin. Und ich habe das Ganze eingesetzt für, zum einen steht es auf meiner 21 für 21 Liste. Die Sonderepisode ist ja schon online gegangen, also wenn ihr da nochmal nachhören wollt, welche 21 Hörbücher und Bücher ihr für mich ausgewählt habt, die ich in 2021 lesen soll, dann guckt dort gerne nochmal vorbei. Und zum anderen habe ich das auch für eine Leserunde eingesetzt, beziehungsweise habe es eben mit jemandem zusammengelesen und zwar mit Lea von Lea Plants & Reads. Die hat auch einen Podcast, zwischen den Seiten heißt der. Und vielleicht machen wir auch nochmal, wenn wir entweder mit der kompletten Reihe vorbei sind, also durch sind oder halt zwischendurch mal gucken, dass wir nochmal so eine kleine Buchbesprechung machen. Das könnte allerdings noch ein bisschen dauern, denn wie gesagt, wir haben jetzt gerade erst Band 1 gehört und gelesen. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben das per WhatsApp gemacht und das war sehr angenehm, fand ich, dass man einfach lossammeln konnte zu den verschiedenen Leseabschnitten oder auch mal was runterschreiben konnte. Das war eigentlich ganz gut. So, und zwar, das erste Hörbuch hat eine Länge von 9 Stunden und 32 Minuten. Das ist eine gekürzte Version und es gibt verschiedene Sprecher. Das fand ich auch ganz angenehm und cool. Und zwar, die Hauptsprecherin war Simone Karpst. Die kennt man unter anderem als Sprecherin von Jodi Picoult-Büchern, von Janet Ivanovic-Büchern. Dann viel so historisch-romantisches, einige Sachbücher mit, ja, Frauenthemen in Anführungsstrichen, also zum Beispiel eins über die Periode oder eins über Abnehmen oder mehrere über Abnehmen, glaube ich sogar. Die hat das auch sehr gut gelesen, sehr angenehm fand ich. Und dann wurde für die Rückblenden ein männlicher Erzähler verwendet und zwar Oliver Siebeck. Der übernimmt scheinbar dann in der gesamten Reihe die historischen Rückblenden. Ja, ich glaube, Oliver Sieber kennt man, der hat über 230 Ergebnisse bei Audible. Viel so Thriller oder Spannungsromane, zum Beispiel Nele Neuhaus, Karen Sander, einiges an Fantasy und Sci-Fi. Also der ist sehr bekannt eigentlich. Und das fand ich auch echt clever gelöst, um einfach diese Verwechslungsgefahr von den Zeitebenen zu minimieren. Simone Kaps wiederum hatte eine gesetzte, eher dunkle Stimme und das hat auch, fand ich, sehr gut zur ältesten Schwester gepasst. Und sie konnte auch sehr beschwingt lesen. Also es war jetzt nicht so dröge oder so, sondern, ja, hat es wirklich sehr gut gemacht. Und dann das letzte Kapitel wurde quasi wie so eine Art Staffelstab schon mal an die Sprecherin übergeben, die, ich glaube, das dritte Buch spricht. Und zwar Sinja Deeks heißt sie, das ist die Stimme von der Schwester Ellie. Genau, die war mir im Vergleich dann zu dieser eher gesetzten, dunkleren Stimme von der Simone Kaps ja fast schon ein bisschen kindlich. Auch wenn sie eine jüngere Schwester liest, ist sie nur drei Jahre jünger und durch das Hobby Segeln auch eine gestandene Frau, so kam sie mir jetzt bisher vor. Also so auf das erste Mal hören fand ich das irgendwie nicht so ganz passend. Aber vielleicht gewöhne ich mich noch dran daneben im, ich glaube, dritten Buch. Das zweite ist, glaube ich, nochmal um eine andere Schwester. Aber worum geht es überhaupt? Es geht um sieben beziehungsweise sechs Schwestern, die bei einem reichen Adoptivvater namens Parzolt aufgewachsen sind. Und der stirbt und schickt pro Band dann eine der Schwestern auf Erkundungstour in ihre Vergangenheit. Denn, wie gesagt, sie wurden adoptiert und kennen halt alle ihre Wurzeln im Grunde nicht. Parallel wird dann jeweils immer die Damalsgeschichte der zum Beispiel leiblichen Mutter oder von einer sonstigen Vorfahren erzählt. Das war eine ganz dicke Empfehlung von meiner neuen Lieblings-YouTuberin, Expekte Booktronum. Die findet das sehr, sehr gut und hat mich so ein bisschen angesteckt mit ihrer Empfehlung. Im ersten Band dreht sich alles um Maya. Das ist eine sprachbegabte junge Frau, die nach Brasilien fahren muss, um ihre Wurzeln zu erkunden. Und trifft dort auch eine sehr abweisende, alte, reiche Dame, die potenziell eben ihre Oma ist. Gleichzeitig knapst Maya immer noch an einer Trennung, die schon vor Jahren stattgefunden hat. Zed, ihr Ex, möchte auf einmal wieder in ihr Leben treten, aber Maya möchte sich der eigenen Vergangenheit nicht stellen. Ja, mithilfe des sehr hilfsbereiten portugiesischen Schriftstellers Floriano, von dem sie das Werk übersetzt hat, geht sie jedoch dann der Geschichte ihrer Familie zumindest auf den Grund. Und die Erzählung springt immer wieder von der Vergangenheit in die Jetzt-Zeit sozusagen. In der Vergangenheit dreht sich eben alles um Isabella, Mayas potenzieller Urgroßmutter und ihrer Standesehe mit Gustavo, sowie ihre Affäre mit dem armen Bildhauer Laurent. Ja, die Rahmenhandlung fand ich spannend. Man will auf jeden Fall weiterlesen. Die Geschichten um Maya und Belle waren, ja, vorhersehbar ein Stück weit, aber liebevoll erzählt. Ein bisschen Popcorn lesen. Mit Maya selbst wurde ich sehr lange Zeit nicht sehr warm, weil sie doch eine sehr verstockte, verkopfte Art hat. Zum Schluss gefiel sie mir dann aber doch ganz gut. Gut, da passiert natürlich auch eine Verwandlung oder eine Entwicklung zumindest. Und jetzt bin ich gespannt, welche anderen Schwestern und ihre Geschichten mir auf Anhieb vielleicht noch besser gefallen werden. Das Hörbuch bekommt von mir vier Sterne und hier gibt es einen kleinen Ausschnitt für euch. Ihr Vater hat Ihnen noch etwas anderes hinterlassen. Um Ihnen das zeigen zu können, muss ich Sie nun bitten, mit mir zu kommen. Hier entlang. Georg stand auf und wir folgten ihm in einen verborgenen Winkel des Gartens hinter einer ordentlich gestutzten Albenhecke, von wo aus man einen schönen Blick auf den See, den Sonnenuntergang und die Berge auf der anderen Seite hatte. Von der Terrasse in der Mitte führten Stufen zu einer kleinen Kiesbucht hinunter, wo wir Schwestern im Sommer oft im klaren, kühlen Wasser geschwommen waren. Ich wusste, dass das Paars Lieblingsstelle auf dem Anwesen war. Wenn ich ihn nicht im Haus finden konnte, hatte er oft hier zwischen den süßduftenden Lavendel- und Rosenbeeten gesessen. Da wären wir, verkündete Georg. Er deutete auf die Terrasse, auf der sich eine merkwürdig schöne Skulptur befand. Wir traten näher heran, um das Objekt, eine eigenartige kugelfarmige Konstruktion auf einem fast hüfthohen Sockel zu betrachten. Sie bestand aus einer Reihe schmaler, einander überlappender Metallbänder, die eine kleine goldene Kugel in der Mitte umschlossen. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich, dass die Kugel ein Globus mit eingravierten Umrissen der Kontinente war, durchdrungen von einem dünnen Metallstab mit einem Pfeil am einen Ende. Rundherum verlief ein weiteres Band mit den zwölf Sternzeichen. Was ist das? Wieder einmal war es C.C., die unser aller Gedanken aussprach. Eine Armilasphäre, antwortete Georg. Als wir ihn fragend ansahen, fuhr Georg fort. Solche Armilasphären gibt es seit tausenden von Jahren. Die alten Griechen benutzten sie, um die Position der Sterne und die Tageszeit zu bestimmen. Und die, er deutete auf die goldenen Bänder, die den Globus umschlossen, stellen den Äquator sowie die Breiten- und Längengrade der Erde dar. Der Meridian mit den zwölf Sternzeichen, der sie alle umschließt, verläuft von Norden nach Süden. Der Stab in der Mitte zeigt in Richtung Polarstern. Wunderschön, hauchte Star und beugte sich darüber, um das Ganze genauer in Augenschein zu nehmen. Ja, aber was hat das Ding mit uns zu tun, wollte Elektra wissen. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu erklären, antwortete Georg. Aber wenn Sie sich die Armilasphäre aus der Nähe ansehen, erkennen Sie, dass alle Ihre Namen auf den Bändern stehen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Wir gingen näher heran. Da ist dein Ersmeier, sagte Ali und deutete darauf. Dahinter stehen Zahlen. Ich glaube, das sind Koordinaten, erklärte sie und wandte sich ihrem eigenen Namen zu. Ja, genau, die benutzen wir auf dem Meer zur Navigation. Das sind Inschriften in einer anderen Sprache, bemerkte Elektra. Das ist Griechisch, informierte ich sie. Und was heißt das, wollte Tigi wissen. Ich muss Papier und Bleistift holen, damit ich sie abschreiben und mit dem Wörterbuch rangehen kann, antwortete ich. Und was soll uns diese hübsche Skulptur mitteilen, fragte C.C. ungeduldig. Wie gesagt, das zu erklären ist nicht meine Aufgabe, entgegnete Georg. Marina hat den Anweisungen ihres Vaters folgend gekühlten Champagner auf der großen Terrasse bereitgestellt. Er wollte, dass Sie auf sein Ableben anstoßen. Anschließend werde ich Ihnen allen einen Umschlag von ihm geben, dessen Inhalt Ihnen, wie ich hoffe, mehr erklären kann als ich. Als nächster Titel vom Frühjahrsputzbingo habe ich zur letzte Runde von Graham Swift gegriffen. Ebenfalls ein altes Buch, was lange bei mir auf dem Sub liegt, aus dem Bertelsmann Verlag von 1997 mit 326 Seiten. Fand ich tatsächlich als haptisches Buch auch nochmal eine richtige Wohltat nach dem Klassiker. Es war nämlich irgendwie lockerflockig geschrieben, aber trotzdem hochwertig. Also gute Schreibweise, irgendwo literarisch hochwertig, aber trotzdem so locker, dass es irgendwie auch angenehm war zu lesen. Es geht um Arbeiter in London, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben und ihre Kinder. Es ist gleichzeitig auch ein Roadtrip-Roman, weil Jack Dodds, der Schlachter, ist gestorben und seine Asche wird von seinen drei besten Freunden und seinem Adoptivsohn Vince ans Meer gefahren, um ihn dort zu verstreuen. Der Leser erfährt während dieser Fahrt dann die Hintergründe aller Beteiligten, ihre Tragik im Alltag und ihre stoische Haltung. Es muss ja irgendwie weitergehen, es nützt ja nichts. Das sind einfache Leute, die hier porträtiert werden, deren höchstes Vergnügen eigentlich es ist, abends in den Pub zu gehen, Bier zu trinken. Sie gönnen sich super selten etwas und arbeiten sich eigentlich zeitlebens den Buckel krumm. Und es tut einem so richtig leid, wenn man das irgendwie liest. Aber es werden auch krasse Themen behandelt, zum Beispiel Spielsucht, Eheprobleme, behinderte Kinder, also alle möglichen Probleme und Herausforderungen dieses einfachen Lebens sozusagen werden hier geschildert, denen sie sich eben stellen müssen. Und ich finde auch, dass die Kinder von ihnen auch nochmal eine große Rolle gespielt haben. Einerseits sollen sie es besser haben, aber gleichzeitig schwingt irgendwie immer auch so ein Stück Neid für dieses bessere Leben dann in den Erwachsenen mit. Und die Kinder machen allerhand Unsinn, also vom Freiwilligendienst in der Armee bis hin zum Schwängern einer der Töchter des besten Freundes des Vaters. Entsprechend angespannt ist dann auch das Verhältnis zwischen Jack und Vince beispielsweise, seinem Adoptivsohn gewesen. Ich fand es wirklich einen interessanten Einblick. Es war flüssig, clever geschrieben, also sehr hochwertig, wie ich schon gesagt habe. Und man musste dann dadurch echt manchmal wie so ein Look aufpassen, was so in Nebensätzen gesprochen oder angedeutet wurde, weil vieles auch so ein bisschen indirekt gesagt wurde, also nicht gerade heraus, sondern man musste echt manchmal ein bisschen aufpassen, damit man nicht irgendeine wichtige Info zur Vergangenheit zum Beispiel nicht verpasst. Also ich fand das wirklich toll und gebe dem Buch solide vier Sterne. Als nächstes Hörbuch habe ich zu einem richtigen Klopper gegriffen, und zwar Elantris von Brandon Sanderson. Hat auch nochmal aufs Frühjahrsputzbingo gepasst, denn das habe ich schon ewig rumliegen, einfach aufgrund der schieren Länge. Das ist nämlich ein 27 Stunden und 18 Minuten Hörbuch, ungekürzt aus dem Random House Audio Verlag von 2007. Und damit habe ich den, ja, das fünfte von neun Feldern quasi besetzt gehabt, beim Frühjahrsputzbingo. Das Ganze wurde gelesen von Detlef Bierstedt, und ich muss sagen, das war genau die angenehm männliche Stimme, die ich dann gebraucht habe in dem Moment. Es war, er war nicht zu überkandidet, nicht zu markant aufdringlich. Er hat zwar die Stimmen für bestimmte Charaktere leicht verstellt, aber es war jetzt nicht zu viel Tamtam, und wie gesagt, das war in dem Moment genau das, was ich brauchte, ehrlich gesagt. Ja, von dem habe ich auch schon etliches gehört und finde ihn richtig gut. Und das war mein allererstes Buch von Brandon Sanderson, das ist ja der Großmeister der Fantasy eigentlich. Also in dem Sinne wurde es auch echt mal Zeit. Und ja, das Werk wird oft als Baby Sanderson beschrieben, weil seine Schreibkunst wohl angeblich noch nicht so ausgereift war, aber ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich fand den Schreibstil und die Charaktere ganz toll, und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, warum er oft für seine Magiesysteme gelobt wird. Es ist schon High Fantasy, also ein bisschen wie Game of Thrones trifft Harry Potter. Wir folgen nämlich drei Protagonisten namens Sarene, Hirathen und Raoden. Sarene ist eine Prinzessin, die Raoden heiraten soll, um ein Bündnis zwischen ihrer beider Länder herzustellen. Die ist unglaublich clever politisch gewieft und verschlagen und kann nicht umhin, politische Ränkespiele zu schmieden, als sie dann endlich in Raodens Land ankommt und dann aber erfährt, dass der während ihrer Überfahrt gestorben ist und sie nun die ewige Witwe sein wird. Denn durch ihren Heiratsvertrag ist sie dazu verdammt, da bleiben zu müssen, ohne je wieder heiraten zu dürfen. Raoden wiederum ist im eigentlichen Sinne nicht gestorben, sondern wurde von der Charout befallen. Das ist eine Art Krankheit, die bewirkt, dass jedweder Schmerz, den man erfährt, niemals wieder weggeht. Dass einem fallen die Haare aus, man kriegt so Flecken auf der Haut, also man sieht es auch von außen sozusagen. Man braucht eigentlich auch keine Nahrung mehr, aber hat die ganze Zeit eigentlich Hunger und Schmerzen und das treibt so jeden nach und nach in den Wahnsinn. Ja, wie so gequälte Zombies eigentlich, wenn man so möchte, aber nicht in so eklig oder so. Die essen auch keine anderen Menschen, aber so ein bisschen wie Zombies, finde ich. Und alle, die eben von der Charout befallen sind, werden abgeschoben nach Elantris, daher auch der Name. Raoden ist aber der geborene Herrscher und er schafft es dann, sich in Elantris wirklich Freunde zu machen, ihnen Hoffnung zu geben und sich wirklich so einen kleinen Hofstaat bzw. das hört sich jetzt ein bisschen zu lächerlich an, also er schafft es wirklich dort eine Gesellschaft aufzubauen, die wirklich noch wieder Hoffnung findet und einen Sinn im Leben und dementsprechend eben dann die Schmerzen auch ein bisschen vergessen lässt. Elantris selber war vor zehn Jahren noch der Sitz der mächtigen Magier, aber irgendwas ist da passiert und seitdem gibt es eben keine Magie mehr, sondern nur noch diese Charout. Und das ist auch so ein großes Mysterium, was eben durch das ganze Buch sich zieht. Denn dem dritten, dem wir folgen, heißt Herathen, das ist ein Priester und im Grunde so ein bisschen der Gegenspieler von Sarene und Raoden, denn er hat den Auftrag erhalten, ihrer beider Länder zu seinem Glauben bekehren zu lassen, um sie eben unter die Macht des Würms, das ist so eine Art Papst, zu bringen und schürt dann halt mit Hasspredigten die Angst vor den Elantriern mit der Charout, um sie zu seinem Sündenbock zu machen. Das Ganze spitzt sich dann in einem riesigen Shoutdown zu und es hat mir echt gut gefallen. Die Charaktere fand ich sehr lebendig und vielschichtig, die haben sich auch noch entwickelt. Das Magiesystem fand ich jetzt ganz okay, das war halt basiert so auf einer Art in die Luft gezeichnete Runen, war halt ganz nett. Und es gab dann auch noch so schwebende Leuchtkugeln, die quasi als Handy und Spion gleichermaßen genutzt wurden, die also auch gesprochen haben. Sehr fantasievoll und ja, trotzdem durch die vielen politischen und religiösen Ränkespiele irgendwie auch sehr realistisch, weil das könnte alles auch so in der Welt passieren tatsächlich. Einen Kritikpunkt hätte ich zwar, nämlich dass es viele Nebencharaktere irgendwie recht nett waren und harmlos. Also beispielsweise als Raoden nach Elantris gebracht wurde, gab es dort drei gefährliche Banden, ja, wie eine Art Gesellschaft eben dort in dieser Stadt. Aber er hat es halt komplett ohne Gewalt geschafft, sich nach und nach die anderen Banden unterzuorten. Das fand ich jetzt nicht so realistisch, ehrlich gesagt. Das war dann ein bisschen zu sehr wohlwollend auf den Gesamtplot irgendwie geschaut. Aber ansonsten fand ich es echt gut und ich werde definitiv sehr gerne weitere Reihen von ihm lesen. Ich habe von Mistborn Band 1 bis 4 von 6 als Hörbuch da und von Sturmlichtchroniken habe ich zumindest Teil 1 von 8. Oh Gott, also der macht wirklich nichts Kurzes. Das muss man leider sagen. Aber ich fand jetzt auch, hätte jetzt auch keinen Anhaltspunkt, wo es gekürzt hätte werden müssen. Also es war jetzt nicht unnötig aufgebläht oder so, das muss man sagen. Und ich fand es hier sehr angenehm, dass es ein Einzelband war. Da hat mir dann die Länge auch nicht so viel ausgemacht und deswegen bekommt es von mir vier Sterne. Das letzte Buch, was ich im Februar 2021 gelesen habe, ist The Kitchen God's Wife von Amy Tan. Das ist aus dem Fontana Verlag, das ist ein Unterverlag von Harper Collins aus dem Jahr 1991 mit 415 eng bedruckten englischen Seiten und hat damit das sechste und letzte Frühjahrsputz-Bingo-Feld belegt von den neun, die ich mir reingezogen habe jetzt im Januar und Februar. Es war ein Buch, durch das ich mich auch nach den circa so 60, 60, 80 Seiten, ersten Seiten, musste ich mich hier auch ziemlich durchkämpfen, leider Gottes. Es war auch nicht schlecht geschrieben, aber es hat sich einfach so derbe gezogen. Es geht um Pearl, das ist eine, ich sag mal, mittelalte Amerikanerin. Die hat auch schon eigene Kinder mit eben chinesischen Wurzeln und sie versteckt vor ihrer chinesischen Mutter das Geheimnis, dass sie an Multiple Sklerose erkrankt ist. Also irgendwie hat sie es nicht gebacken gekriegt, das bisher zu sagen und mit dieser fatalen Erkrankung kommt sie nicht gut klar selber und das liegt mit Sicherheit auch mit daran, dass sie eben, wie gesagt, nicht das Gefühl hat, sich da öffnen zu können. Der erste Teil dieser Rahmenhandlung ist eben aus Pearls Sicht geschildert. Man bekommt so als Leser gut Zugang zu dieser schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung. Man erfährt so ein paar Situationen, wo irgendwie die Mutter einem so ein bisschen komisch vorkommt oder komisch reagiert. Das Ganze zieht sich dann auf an der Hochzeit eines Cousins, wo sich die Familie zum Verlogungsessen trifft. Dann ist noch eine alte Tante gestorben und dann trifft die Familie quasi deutlich öfter und länger als üblich aufeinander. Und das bedeutet eben auch, dass alle Spannungen und Geheimnisse sich irgendwie den Weg ans Licht bahnen wollen. Pearl wird dann von ihrer Tante Helen beiseite genommen. Sie sagt, sie hat einen Gehirntumor und sieht ihre letzten Tage angebrochen und drängt dann Pearl eben dazu, ihrer Mutter alles zu sagen. Gleichzeitig spricht Helen aber auch mit Winnie, also Pearls Mutter, denn auch die hat Geheimnisse, die sie Pearl noch nicht offenbart hat. Ja, und Helen möchte einfach, bevor sie stirbt, alle Lügen aus dem Weg räumen, sich nichts vorwerfen müssen. Und deswegen erzählt Winnie dann eben Pearl von ihrer Vergangenheit in China und von ihrer Flucht nach Amerika. So, und das ist der Teil gewesen, der den Großteil des Buches ausmachte und sich, wie gesagt, super zog. Es fängt nämlich in der Ursuppe an. Also es braucht sehr, sehr viele kleinen Bedruck der englischen Seiten, um zum Punkt zu kommen. Winnie erzählt nämlich erstmal von ihrer Mutter und wie sie als zweite Ehefrau des Vaters eines Tages dann weggelaufen ist. Wie sie als Kind, ja, im Grunde das zur Persona non grata machte, aber das war ihr gar nicht richtig bewusst. Also so dieses, wie naiv war ich eigentlich, als dann ein Ehemann für sie ausgewählt wird, freut sie sich total und freut sich auch über die Mitgift, die sie mitkriegt. Und erst hinterher wird ihr klar, okay, der Ehemann wurde ihr quasi zugeschustert, obwohl der für die Cousine zu schlecht war. Ja, also so ein bisschen mit offenen Augen in eine schlechte Situation verkauft, weil eben die Mutter sich vom Acker gemacht hat. Also der Ehemann wurde dann eben auch schnell gewalttätig, hat sie jede Nacht missbraucht, hat sie seelisch unterdrückt, wie er nur konnte und wo er nur konnte. Irgendwann fing dann der Zweite Weltkrieg an und es wurde immer schlimmer mit ihm, wie sie mehrere Kinder verlor, erzählt sie. Und wie sie auch versucht, sich scheiden zu lassen und das immer nicht funktioniert. Wie sie dann auch Helen kennengelernt hat und Auntie Du, das ist diese ältere Tante, die zu Beginn der Erzählung verstorben ist. Und das ist auch wirklich bedrückend. Aber wie gesagt, das ist wirklich vom Höckschen auf Stöckschen und dann sind wir hierhin geflohen, dann sind wir dahin in China geflohen, dann war dieses, dann war jenes. Ja, das war einfach, hat sich einfach zu doll gezogen für mich. Schlussendlich, wie sie sich dann aus den Fängen des Ehemanns befreit hat und in Amerika ein neues Leben angefangen hat, bei dem sie sich aber immer wieder nervös über die Schulter blicken musste und sich nicht sicher war, ob er nicht doch nochmal irgendwann kommt, um sie zu holen. Der Schluss war dann, fand ich, sehr schnell abgehandelt. Also die Rahmenhandlung konnte ich dann kaum ein zweites Mal genießen. Es war auf jeden Fall ein interessantes Schicksal vor historisch relevantem Hintergrund, aber es hat sich so sehr gezogen, dass es mich irgendwie nicht so berührt hat, wie ich es mir gewünscht hätte und deswegen bekommt es von mir drei Sterne. Da hatte mir The Joy Luck Club von der gleichen Autorin deutlich besser gefallen, das haben wir damals in der Schule gelesen. Das hat aber auch, glaube ich, mehr in Amerika hier und jetzt gespielt mit vier verschiedenen Töchtern- und Familiensituationen, die ebenfalls alle ein bisschen schwierig waren. Kommen wir nun zu meiner aktuellen Subhöhe. Bei den Büchern ist insgesamt eins hinzugekommen und damit habe ich 41 ungelesene Bücher auf dem Stapel ungelesener Bücher. Ich habe zwar drei Stück gelesen, habe aber vier Neuzugänge bekommen und zwar Aurora Erwacht von Amy Kaufman und Jay Kristoff, Zitronensüß von Jenny Hahn, Asphalthelden von Jason Reynolds und Broken Things von Lauren Oliver. Alles Rezensionsexemplare. Bei den Hörbüchern habe ich 113 ungelesene Bücher, immer noch auf dem Stapel ungelesener Hörbücher. Das ist plus minus null, also ich habe zwar zwei gehört, aber ich hatte auch zwei Neuzugänge und zwar einmal Amy Sutter-Clark mit der Countdown-Killer. Das finde ich ganz cool, weil es ist so eine Mischung aus Hörspiel und Hörbuch, weil es um eine True-Crime-Podcasterin geht und dort wohl auch aus dem Podcast quasi, aus dem fiktiven, auch Szenen mit reingebunden wurden. Und Glückskinder von Teresa Simon, das ist ein Nachkriegsroman, bei dem es um zwei Frauen geht, die sich auf dem Schwarzmarkt kennenlernen und ziemlich noch eine Rechnung miteinander offen haben, so wie ich das verstanden habe. Das wusste ich ja schon, dass im Februar einige neue Rezensionsexemplare eintreffen werden und dementsprechend ist das völlig in Ordnung und ich mache einfach weiter mein Ding. Das war es erstmal für mich heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.